Moment, Moment, was ist denn das? Und dann, dann steht er da. Stopp! Holy Spirit Megastar. Solche Sachen machst du? Und deswegen geht an Silvesterchor Apokalypse. Wieso nicht? Weil da Premiere ist. Wer ist das denn? Ist es Simona? Wer? Ja, meine Hauptherstellerin. Die machen ja anspruchsvolle Unterhaltung für Erwachsene, oder? Funny for everybody. Diesmal gibt es eine Musik, als erotische Reinstimmung fürs neue Jahr. Happy New Year, you naked. So, dann habe ich noch etwas ganz Spezielles. Hm, Kenny, Mutter Gottes. Ja, aber das ist eine Besondere, gell? Die weint Blut. Bloody Mary. Hey, Schottland. Na, Taiwan. Anruf, Mona. Anruf, Oma. Hallo? Gut, sie fixen mir es an, so blöd. Wir können es. Du hast es gemacht. Was habe ich gemacht? Du hast einen Toten auferweckt. Mona, komm heraus. Scheiße. Mona! Halt dir auf. Harikades! Sag einmal, was macht ihr denn da? Apokalypse. Aber das war nicht meine Idee. Ich muss ins Gefängnis. Du gehst an die Mona umgebracht. Fürchtet euch nicht, denn ich bin Gottes Sohn. Ja, und ich der Heilige Geist. Ich bin Gottes Sohn. Vielen Dank.